Hi, ich bin Sebastian und ich war im Olympischen Rugby-Kader. Wir sind hier in Stockholm und Amanda und ich zeigen euch heute, wie ihr euch zu Hause und draußen mit nur drei Sets fit halten könnt. Und was ist deine Ausrede? Weitere Fitnesstipps und die passenden Outfits dazu findest du auf sport2000.de.